Ja, grüße dich und wie auch immer möchte ich vieles machen, kann es, kann es nicht, kann es doch und irgendwie, wie auch immer, nein, 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 ich grüße dich, schön, dass du bei David Mini TV einmal eingeschaltet hast, willkommen. Ja, ich freue mich wieder bald unterwegs zu sein auch und es wird wirklich sehr, sehr viel gemacht. Ich werde auch, wenn es gut geht, ein paar Event-Tage festhalten, sobald es YouTube auch zulässt und das Ganze. Also, ihr kennt ja die Geschichte Lizenz, bla bla bla. Und, ja, 1. Mai ist immer eine Rede. 26. Oktober ist immer eine Rede, ihr wisst ja. In dem Sinne, lasst uns in die neue Woche bewegen. Dieser Kanal hat jetzt unter der Woche Funkpause, also Vorproduzieren ja, aber Videos erst Wochenende oder Feiertage. In dem Sinne, abissimo, ciao.